Die Reiter-Skiwiese ist längst mehr als nur eine Skiwiese. Es ist ein kleines Winterwunderland. Und nicht nur Hubsi ist ein großer Star, sondern auch die sprechenden Tiere des Winterwaldes. Diese großen Ohren gehören mir, dem Reh. Eigentlich bin ich ein sehr scheues Tier, aber ich freue mich immer sehr, wenn mich Kinder besuchen, um mit mir zu spielen. Ich versuche mich immer wieder zu verstecken, aber bei den Kindern habe ich keine Chance. Die finden mich einfach immer. Und wenn sie den Hasen finden, dann finden sie meist auch mich, das Murmeltier. Und ich freue mich genauso darüber, wie die Kinder selbst. Aber neben den kleinen Tieren gibt es in diesem Winterwald auch sehr große, wie zum Beispiel den Bären. Auch wenn ich groß und stark bin, vor mir braucht hier keine Angst zu haben. Und die Kinder, die wissen schon, was ich ganz besonders gerne mag. Und der König der Wälder, der Hirsch, der fehlt auch bei uns nicht, bei den sprechenden Tieren im Winterwald. Skischule Reit bei Kitzbühel. Die Schule, die alle lieben. uk- 16 happenst. Die Schule, die alle lieben. Die Schule, die es Club wie die Tiere.